Hallo, mein Name ist Guillaume Bisenius, ich bin von Geeks Life Luxemburg und mit wem habe ich die hier? Mein Name ist Valentis Cosplay und ich bin hier als Dunkelritter von Final Fantasy 14. Wie lange machst du schon Cosplay? Das ganze mache ich schon 4 Jahre oder 4, 5 Jahre sind das jetzt ungefähr schon. Das Cosplay da ist von Final Fantasy 14, wie lange hast du dafür gebraucht? Das ganze hat ungefähr 8, 9 Monate gedauert, viel Zeit und Materialaufwand und Nerven. Aus welchem Material besteht denn das Cosplay größtenteils? Also das meiste ist Warbler, Moosgummi, Heißkleber jede Menge, das war es eigentlich. Bis dann noch diesen Netzstoff hier, das war es vom Grund auf. Wir sind ja hier auf dem Cosplay, warst du schon oft hier auf dem Cosplay? Ich war schon zweimal hier und bisher jedes Mal auf der Gamescom, meistens auch auf der Konichi. In der meiste Zeit kann ich dann meistens nicht auf einer Convention, weil dann ein Cosplay bearbeitet werden muss. Dann fällt dann die Zeit ein bisschen flach. Das ist immer viel Arbeit. Ja. Machst du noch andere Cosplays oder so? Ja, jetzt ist geplant für die Gamescom 2016, auch von Final Fantasy 14, der Krieger. Und was ich danach mache, weiß ich erst, wenn die Gamescom rum ist. Dann kann man wieder für 9 Monate wieder einen Plan machen, was man dann für die nächste Gamescom im Beto hat. Der Cosplay, wie gefällt der dir? Gut, hier ist es überdacht, falls es mal regnen sollte, was ich nicht hoffe, was es dann hier heute noch tut. Es ist einigermaßen groß, da ich aus der Nähe von Frankfurt komme, auch gut erreichbar. Hat so Vorteile. Ja, das ist sehr praktisch. Ich habe gesehen, auf dem Helm hast du eine Unterschrift. Von wem ist die? Genau, die Unterschrift, die Signierung ist vom Game-Produzenten von Final Fantasy 14, von Yoshida. Und da ich auf der Gamescom ihm zweimal über den Weg gelaufen bin, habe ich auf dem Schwert auch noch eine. Ja, sieht toll aus. Auf dem Paladin habe ich auch eine gekriegt, auf dem Schild von vorletzten Jahr. Und ich hoffe, dass ich beim Krieger wieder eine kriege. Dann habe ich alle drei Tanks durch, in einem Set abgeschlossen, da kann man sich anderen Aufgaben bitten. Wo kann man dich überall finden? Ich bin auf DeviantArt, auf Facebook, auf Instagram. Immer mit dem gleichen Namen? Valentus Kostler, ja. So, das war Geeks Live Luxemburg. Noch einen schönen Tag. Das war Geeks Live Luxemburg. Noch einen schönen Tag.